ja meine freunde herzlich willkommen zurück zu minecraft und die sonne geht auf bei dieser musik geht einem doch das herz ganz langsam auf aber dennoch haben wir hier weizen war diese dorfbewohner sind ja so große müssen wieder nach pflanzen auf jeden fall und brot vielleicht nachkommen den rest behalten wir man kann nie wissen wir sterben wir und dann haben wir kein brot mehr haben wir so ein panorama aussicht oder was hier ok und zwar was haben wir zuletzt gemacht das weiß ich eigentlich gar nicht weil zu diesem zeitpunkt wo ich das hier aufnehmen ist diese folge von der letzten aufnahme noch gar nicht hochgeladen sieht aber schön aus hier ok hier ist noch glas noch mehr glas das tun wir da rein die kohle behalten wir er ist immer gut ein stack steine die brauchen wir eigentlich nicht die truhe kann man irgendwo setzen kann man irgendwo schon setzen da die da passt jedoch super hin da kommt noch das hier noch mal rein den rest tun wir hier von der erde dieses holz brauchen wir nicht die schaufel kommen da die spitzhacke kommt da die fackeln bleiben natürlich da essen da die blume tun wir auch hier geschmeidig rein und nehmen ein bisschen von dem birkenholz und machen uns ein paar stickies dann steine haben wir schon die kohle und braten mal dieses fleisch hier der zeit denn wir wollen höhlen erkunden denn wir uns fehlt es wirklich an eisen so gleich noch so was hier brauchen wir nicht gleich so viel aber wie dem auch sei davon nehmen wir zwei kurz mal um 30 apps was ist jetzt los war komisch ne ok da ist bestimmt was könnte mal ein abstieg da drin wagen und zwar ja die fp ist wieder auf 90 gestiegen so soll es aus sein und zwar machen wir das so ok ein abstieg die fps schwankt jetzt auf 60 meine fresse ok ich habe keine höhlen place das ist natürlich recht schade können leiter leiter platzieren das ist natürlich wieder mal eine option mal mit 30 fps das ist das hatte ich ja mit shadermod nicht mal so ok so dann kommt einmal das hier wird so aufgeteilt das ist eine leiter ergibt die sich doch eigentlich sehen lassen kann passt genau 36 leiter an schätze ich mal gruppi mal daumen sollten reichen äh 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 mh ok ok kann ich da hoch ne so ok da gibt es schon ein hüllenartiges mehr cave schreibt in die kommentare was ich bauen soll das habe ich schon in den letzten aufnahmes schon erwähnt aber ich weiß ja nicht ich kann ja noch nicht wissen was ob ihr was ob ihr was hinschreibt ist aber wenig ist noch mal für die die irgendwie vielleicht später einschalten sollten oder erst bei dieser folge wer weiß so drei fackeln ah ok das sollten so das wird alles zu fackeln mit einem holzschwert nein naja ist eigentlich gar nicht so schlimm vielleicht finden wir mal ne gruselige musik ja sehr gruselig also ich erzählte so heftig ok lalala lalalalalala so ok dann ist schonmal die what the fuck meine fresse Redstone Wir können uns mit Treppen behelfen, ne? Ja gut Nur nicht in diese verdammte Lava reinfallen Na super Warum explodieren die? Was für einen Radius haben die jetzt wieder? Eigentlich Eis Oh fett Also Creeper technisch gibt es hier Oh der Bildschirm der blendet auch so viel Was habe ich jetzt gemacht? Ah Ich habe keine gruselige Playlist man, ich muss mir die noch besorgen Das ist doch gar nichts man So Ach komm, leck mich Wo geht es denn? So Unser erstes Eisen wird hier abgebaut Ja, super Ah, noch eins Gut Da haben wir schon mal sieben Eisen erst Ne, warte, wir gehen weiter Denn hier ist auch noch ein bisschen Eisen So Sammeln wir das mal ein Und dieses Kohle Was wahrscheinlich eine Koda K-Koh-Koh-Kohle Kohle Eine Kohle Oh, mein Rücken Der ist so verspannt Wenn ich auf diesem Schaltstuhl sitze Mann Warte, soll ich den Stuhl Soll ich mal den Stuhl von meinem Bruder nehmen? Ich weiß nicht Oh, der ist so geil von meinem Bruder Oh So richtiger Präsidentenstuhl hat Was der hat So Da ist es doch viel interessanter Denn hier Kommen wir da raus Wo wir Ja, gut So, Eisen Ja, hier ist der Creeper Dann wohl explodiert Hm Dann Diamant ist Ich will jetzt nicht hier überrascht werden Deshalb Save ich mal hier alles Hör Ich dachte jetzt hier so ein Creeper Hm Da könnten Diamanten sein Boah, ich weiß nicht Wie soll ich da runter gehen So Okay, Zombie Wohl Guck mal her Kreisch So Okay Hier scheint viel Ah Da ist ein Geselle Magst du Diamanten Bam Ballert Boah, Junge Hättest du mich irgendwie in eine Lava oder so reingeschmissen Ich hätt hier das Genick gebrochen Dias Diamanten Diamanten Ach, wir brauchen erstmal einen Ofen Okay Okay Zeit Die explodieren aber schon heftig Ne Egal Gleich Gleich haben wir Diamanten Ich glaube nicht so Okay Die explodieren aber schon etwas aggressiver Huh Geht's Geht's Hello All есть Hey